Jo, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmer's Dynasty. Wir fahren mal weiter unserem Ziel entgegen. Hoffentlich zumindest. Wir fahren mal weiter. Ich weiß ja, wie geht man das jetzt? So, das werde ich drümmend machen. Weil ich jetzt gleich schon rechts hab, oder? Weil ich verlaufe leider nicht. Ein Stück weiter kommt ein Feldweg. Ich habe die Nachwehr kreuzendes Weltkrieg. Die Weltreisen betreint sich jetzt. Ich blüte da über die Straße. Aber nicht vor dem Raden, nicht vor dem Raden. Ich fahre hier rechts. Ich fahre hier rechts. Ich fahre hier rechts. Ich fahre hier links. Ich fahre hier rechts. Ich fahre hier rechts. Jetzt fahre ich durch den Fluss. Dann werde ich wieder angemault. Fahrzeuge verküttet. hier ist die Handelwaren da oben die Titel sind hier stehen Das ist gut. Ich hoffe, ich habe noch keine Filzüge entdeckt, die hier draußen ist. Ich hoffe, ich habe noch keine Filzüge entdeckt, die hier draußen sind. Wenn they all sind. Hallo, ich bin Janet. Kennen wir uns? Ich bin ihr Nachbar. Ich wohne auf der anderen Seite des Sees. Bin vor kurzem eingezogen. Hey, wir sind auch erst eingezogen. Kaufen diesen Hof und die Gewächshäuser, um ins Tomatengeschäft einzusteigen. Aber es ist so ein Chaos. Ich fühle mich betrogen. Und die Gewächshäuser sind Ruinen. Ich schätze, ich kann bei der Sanierung behilflich sein. Geht das jetzt? Das wäre großartig. Aber ich habe nicht viel Geld, um dafür zu zahlen. Was ist mit dem Mähdrescher dort drüben? Ich denke, der ist den Aufwand wert. Ich kann ihn im Austausch nehmen. Das hört sich gut an. Wir haben dafür keine Verwendung. Wir möchten Tomaten pflanzen und besitzen keine Felder. In dem Fall bin ich dabei. Ich werde die Gewächshäuser im Gegenzug für den Mähdrescher reparieren. Was ist mit der Scheune dort drüben? Können Sie die auch reparieren? Ich lege noch das Schneidwerk drauf, um den Deal zu versüßen. Da geht mir der Ton zu Ende. Ja, viel Arbeit. Aber das ist es wert. Viel Arbeit. Aber das ist es wert. Wunderschön. Jetzt haben wir eine neue Mission. Dann fangen wir doch mal hier hinten an. Hier vorne. Hier fangen wir an. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Dann haben wir endlich einen Mähdrescher und können bei uns die Felder runter mähen. Dann kriegen wir Geld, wenn wir das Zeug verkaufen. Wir haben ja noch keine Kühe. Wir müssen nur gucken, dass wir die Hühner im Leben erhalten. Einen Schuss nach dem anderen. Das wird zwar eine mordsmäßige Arbeit hier. Aber was soll's. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich habe gehört, es gibt Schlimmeres. Ich glaube, es gibt zwei Gewächshäuser. Jö, 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 jö. Wunderschön. Ist ja nicht allzu viel. Ein paar Meter nur. Ein paar Meter nur. Wo ist denn hier der Eingang? Da haben wir den Eingang. Dann machen wir weiter im Text. Der erste Tisch. Wir kriegen den Mähdrescher. Und ich wollte die Sachen eigentlich dann nicht einlagern, sondern verkaufen. Mal gucken, ob wir eine bessere Maschine kriegen. Oder zumindest einen besseren Traktor. Obwohl der JetPier ja lustig ist. Es gibt ja bestimmt bessere Arten zu reisen, als mit dem JetPier. Aber dann kriege ich ja meine geschenkten Sachen nicht mit. Es wird ganz schön dunkel hier. Hier ist nichts doch. Ich wollte das sagen. Konnte ich mir ja nicht vorstellen, dass hier nichts wäre. Die Steuerung ist ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen, ja. Muss jetzt nicht jede Seite einzeln machen, oder? So, den noch. Aber das war noch nicht alles. Den. So, noch einen. Hier hat die ganzen Fenster noch. So, wie es aussieht. Aber auch die würden verlieren. Wir kommen schon wieder mitten in der Nacht. Und den Giebel. Wir machen mit der Fensterei weiter. Komisch, dass ich mir in der Spiele aussuche, wo die Vorbereitung das längste ist. Na, wir haben dieses wunderschöne Gewächshaus fertig. Aber bitte auch die andere Seite. Die Tür kann auch mal bleiben. Da ist eh nichts drin. Und dann müssen wir da hin. Aber, der hat mir gerade was gesagt, von wegen, ich werde hungrig. Und ich habe nur noch 30% Schlaf. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Hof und werden erstmal schlafen. Ja. Wo haben wir denn hier eine Bushaltestelle? Schauen wir doch mal auf die Karte. Wollt ihr hier überhaupt eine haben? Aber wir können ja in den anderen Wagen springen. Jawohl, hier in den Pickup. Und raus da. Also, bevor wir schlafen gehen, wollte ich noch mal ins Gewächshaus gucken. Wollte ich das jemals wiederfinden? Irgendwo war es doch. Ich bin mit der Garantie wieder in die falsche Richtung gerannt. Ne, da ist es. Mal gucken, wie weit die Tomaten sind. Oh. Die sind noch nicht fertig. Dann gehen wir mal eine Runde. Heier machen. Ein Ründchen Bruchboden schlafen. Mein Gott, hier steht da noch eine Arbeit. Drinnen, die wir noch machen müssen. Aber alles eins nach dem anderen. Ich möchte nämlich zuerst mal die Felder runterrasieren. Wenn wir das dann haben, ist gut. So, wunderschön. Einen schönen guten Morgen. Dann dürfen wir jetzt die Eierjais holen. Eier waren doch hier. Gut, wenn wir uns die Eier holen. Hier war kein Auto da. Und die andere Seite. Und die andere Seite. Gut, wenn wir verheiratet sind, wie viel ich weiß, brauchen wir das nicht mehr zu machen. Dann macht die gnädige, angetraute das. Aber so lange sind wir dafür verantwortlich. So. Und nun? Nun müssen wir mal gucken, ob wir was essen müssen. 44 Eierjais haben. Na gut. 100%. So was von ausgeruht. Und satt. Dann können wir zurückspringen. Weil, 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 weil. Hier irgendwo haben wir doch den Trecker stehen. Dann müssen wir ja auch reinspringen können. Wo ist mein Trecker? Da pariert ich schon. Ja, aber ich muss erst den Trecker finden. Kann doch nicht sagen, dass ich nicht in den Trecker springen kann. Ach, der ist da. Wo rankommen muss ich da irgendwie. Ja, klar. Dann wollen wir mal reparieren gehen. Noch zu weit weg gewesen. Oh ja. So, den Anfang haben wir gemacht. Und wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Einen Daumen nach oben wäre schön. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.